Hallo, ich bin so der Käpt'n Quaggan und heute zeige ich euch den Erfolg Turmschatzjäger und der geht eigentlich ganz einfach. Ihr braucht 5 Schlüssel und mit den Schlüsseln könnt ihr die Truhe ganz oben öffnen und schwupps habt ihr den Erfolg. Und wie er an die Schlüssel kommt, das ist auch ganz easy. Da gibt es die verschiedenen Kammern in diesem Turm und da müsst ihr rein und am Ende droppt halt ein Schlüssel oder auch nicht. Und ihr braucht halt 3 Schlüssel von jeder Farbe einen, also einen grünen, einen roten und einen blauten. Da macht ihr dann Doppelklick und zack habt ihr einen Master Key. Mit dem Key könnt ihr dann natürlich halt die Schatztruhe oben öffnen und habt den Erfolg nach 5 Truheöffnungen. Das war's von mir, ein Tschö mit Öl. Untertitelung des ZDF für funk, 2017